Berufsbildung stärken, Perspektiven schaffen. Das internationale Engagement der Bundesregierung. Deutschland im Jahr 2017. Stabiler Wohlstand, niedrige Arbeitslosigkeit, leistungsfähige Wirtschaft. Der Erfolg hat viele Faktoren. Einer der wichtigsten, das deutsche System beruflicher Bildung. Duale Ausbildung gilt als Vorbild und macht Deutschland zum begehrten Partner und Ratgeber weltweit. Wo bessere berufliche Bildung, die Chance auf Beschäftigung, attraktive Einkommen, soziale Sicherheit und Wohlstand erhöht, wirkt sie als gesellschaftlicher Stabilitätsanker. Der Effekt ist nachhaltig. Wer einen Beruf gelernt hat, sich weiterbildet, die eigene Zukunft selbst in die Hand nimmt und damit Erfolg hat, ist nicht nur selbst hochmotiviert, er motiviert auch andere. Schon in den 1950er Jahren haben deutsche Organisationen und Unternehmen damit begonnen, Berufsausbildung nach deutschem Vorbild im Ausland populär zu machen. Ministerien, durchführende Organisationen, Industrie- und Handelskammern, Auslandshandelskammern, Gewerkschaften sowie viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen. Sie alle engagieren sich international gemeinsam für die Berufsbildung. Um die Initiativen noch effizienter zu bündeln, verabschiedete die Bundesregierung 2013 eine neue Strategie zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit. GoVET, die Zentralstelle der Bundesregierung im Bundesinstitut für Berufsbildung, bündelt alle Kompetenzen und Erfahrungen, ist zentraler Ansprechpartner und Anlaufstelle für Partner im In- und Ausland. Am runden Tisch für internationale Berufsbildungszusammenarbeit stimmen sich die deutschen Akteure regelmäßig ab. Grundlage jeder Kooperation sind folgende Prinzipien. Erstens, Betriebe, Sozialpartner, Schulen, Kammern und der Staat arbeiten zusammen. Zweitens, eine gute Berufsausbildung findet auch am Arbeitsplatz statt. Drittens, landesweite Standards sichern die Qualität. Viertens, Ausbildung braucht qualifiziertes Berufsbildungspersonal. Und fünftens, Berufsbildungs- und Arbeitsmarktforschung sind Grundlage für die bedarfsgerechte Anpassung von Berufsbildern und für die individuelle Ausbildungs- und Berufswahl. Erfolgsbeispiele der Kooperation finden sich auf der ganzen Welt, zum Beispiel in der Slowakei. Hier unterstützt die Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer im Rahmen des Projekts VETNET Mittelständler bei der Etablierung einer tragfähigen dualen Berufsausbildung. Die Schusterei hat in der Slowakei eine lange Tradition, aber als Ausbildung ist sie vor 20 Jahren verschwunden. Eko-Slowakia hat sich gerade deshalb entschieden, zusammen mit der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer in das System der dualen Ausbildung einzusteigen, um diese Tradition aufzugreifen und in die Zukunft zu tragen. Zum Beispiel Mexiko. Seit 2013 führt das Land mit deutscher Unterstützung bundesweit ein mexikanisches Modell der dualen Berufsbildung ein. Mit dem mexikanischen Modell der dualen Berufsausbildung können wir eine systematische Methodik für das ganze Land schaffen. Wenn wir diese Herausforderung meistern, dann werden wir die fast 1,4 Millionen Techniker ausbilden, die das Land braucht. Zum Beispiel Namibia und Ruanda. Mit deutscher Unterstützung erlernen junge Menschen den Beruf Koch oder Landwirt. Zum Beispiel Sri Lanka. Hier trägt Berufsausbildung nach deutschem Vorbild nach einem Bürgerkrieg zum Nation Building bei. Am Sri Lanka German Training Institute absolvieren junge Menschen hochwertige Ausbildungsprogramme, um ihr Land wieder aufzubauen. Die Beharrlichkeit lohnt. Vom Einsatz für eine stabilere Weltgemeinschaft durch bessere berufliche Bildung profitiert nicht zuletzt Deutschland selbst. Berufliche Bildung für bessere Perspektiven weltweit. Mit Deutschland. detta Vorbildungsmöglichkeit. Desde Untertitelung des ZDF, 2020